Um ihm, subhanahu wa ta'ala, auf die richtige Art dienen zu können, müssen wir ihn vorerst kennen. Wahrlich, nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten. Wenn du weißt, dass Allah, azzawajal, al-Basir, der Allsehende ist. Wenn du weißt, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Tawwab ist. Dass er es ist, der die Reue annimmt. Wahrlich, Allah hat 99 Namen. Wer sie kennt, geht ins Paradies.